So Freunde, Willkommen zum nächsten Part. Im letzten Part haben wir nach der Niederlage gegen Freezer Schluss gemacht. Absichtlich, weil ich kann mir vorstellen, dass der Kampf gegen Freezer etwas dauern könnte. Deswegen wollte ich jetzt im neuen Part anfangen, durch das letzte allzu lange geht. Ansonsten... Also, schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Let's go. Komm ran. Sehr schön. Die Kopf macht gut Schaden von mir. Boah, die macht wirklich gut Schaden. Endlich. Das ist jetzt hier. Ich werde mit diesen Schwenks etwas aktivieren. Wie geht's mit zwei? Alter. Das ist jetzt. Was ist das? Was ist das? So, okay, come? Waaaaaam! Waaaaam! Waaaaaam. Waaaaaam! 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 So, ich war gerade etwas leise, weil ich habe gerade gesehen, dass es ein wenig gelackt hat. Ich glaube, das hat gepasst, hier auf dem Nebenschirm. Jedenfalls haben wir Freezer besiegt, schlussendlich, Gott sei Dank, Kling, Seite, oder, ja, erster Rematch. Was geht aber jetzt ab? Mit Freezy. Wir haben seine Kopien weggeklatscht, jetzt haben wir ihn weggeklatscht. Kommt mit seinem Vater raus. Adf. Einfach abhauen. Sie bleiben halt einfach stehen. Geh doch hin. Geh doch hin und klatsch den. Ah, immer Bericht erstatten. Mach doch kurz einen Discord-Talk. Ja, ich komme, let's go. Habe ich irgendeine Wahrheit? Ich glaube nicht, Piccolo. Oh mein Gott, ich war der Beleichtete. Spass. 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 Das ist von meinem Fenster, aber keiner weiß. Die Sonne gaat gut scheint, sehr schön. Aber stören sie nicht, mein Kringscring. Ja, es hat der Direktor zu sagen. Gucken wir uns das mal an. Oh! Was schaust du so? Ich hab keine Stones! Immer, immer um etwas bitten. Hast du einen Moment? Was willst du, Leid? Oh! Ich hab keine J-Force-Fan, aber ich fühle mich gut. Ja, Sanzi? Ja, Angela. Ja, das war so. Sorry. Oh, ich hab keine J-Force-Fan. Ich hab keine J-Force-Fan. Ich habe immer noch nie mit dem Replikum. Ich habe mich gesehen. Ich habe mich gesehen. Und ich habe Angela. Angela? Ja, das stimmt. Das war so. Was ist das? Ich habe mich ein bisschen verändert. Aber ich habe mich als Replikum. Ich habe mich als Renewes auf ein Spanierkopf geschaut? Also, das ist, wenn dir ich jetzt ist, Angela ist es? Ja. Genau, so. Ich bin meine richtige Name. Galena?! Galena?! Galena, amore! Okay Oh, mein Boy. Ja, siehst du. Chaos mit euch. Okay, jetzt seht ihr mal. Sanji, ich wusste, dass Sanji nichts böses im Schnee führt. Unser armer Gentleman Sanji, er war einfach zu nett und höflich, wurde kontrolliert. Angela ist wer? Galena! Und vielleicht habe ich mich doch in Light getäuscht. Light hilft uns eigentlich gerade. Sehr gut, wer weiß, schauen wir mal. Ja, jetzt gibt es eine Hauferei. Komm ran, Galena. Oh. Oh, ja. Komm ran, Madame. Halt, ich sei leid, ich habe ihn unterschätzt. Sanji. Geh mal, ich muss sich leider klatschen. Guck mal, wie bereit ich direkt bin. Die Ringe in eine reinhauen. Wie du bist immer so bereit? Sanji. Ich muss dich aufschützen, Mann. Luffy. Mugiwara! Ey, geile Wendung. Wirklich. Angela ist Galena! Das wird immer besser. Wird immer besser für uns, Gentleman. Ey, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, gegen Galena. Ah, apropos Galena. Wann darf ich die Dame mal spielen? Oh, ich wusste es. Oh, nein, ich bin doch. Oh, ist die GG-Kombo. Sie ist einfach Zorro. Oh, jetzt ist ich einfach Zorro. Oh, die tankt aber gut. Was hab ich für angefühlt? Wie weit es geht? Wie weit? Scheiße, ich lasse ja gerade. Ich liebe es, Mann. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich muss aber aufpassen. Eine Kombo. Ich weiß, dass es mir sehr viel Charme zufügen wird. Ich hab' wieder verkackt. Ey, geil. Geil. Genau, Zorro, Mann. Oh, mein Gott. Galena. Ja, Galena ist eigentlich, eigentlich Galena. Eigentlich sollte man auch mit Galena und Kane spielen können. Und die Sache ist, ob man sie nach der Story freistellt oder nicht. Dies statt dies. Ich weiß es auch nicht. So jetzt hören wir mich. Oh, aber ey, geil. Oh. Jetzt wieder Angela. Oh. Oh, mein Gott. Was? Was? Was ist das? Hast du dich zugehört oder was? Komm, mit Haaren, Gentleman, Sanji. Nein. Angela-chan. Oh, really. Amore. Dieser Sanji. Gentleman. Durch und durch. Nein! Angela! Hört doch auf. Das war scheiße jetzt. Angela war im Endeffekt nur der Computer, was? Traurig. Scheiße. Hey, mein Boy, Sanji, alles. Mein Boy, komm. Kein Ding, man, wir sind Gentlemen, Sanji. Nee, 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 nee. Seewel ist ein Schein... Oh, Herr Präsident, Sanji hat sich zurückgebracht. Das ist so. Ich habe Angst zu nehmen, ich bitte nicht. Dann ist uns der Abenteuerung an Angela, Wir werden uns dann zu einem alten Oniks-Buck und abgeliefertert, um zu studieren. Aber alle haben über das Erdbewerb von anderen. Ange, dass wir uns nun Going Eich-Wund mit dir in den Ge rostern machen. Geil! Das war geil mit Sanji! Sanji mein Boy! Irgendetwas stimmt hier nicht. Was ist in den Busch? Ah.. Lighton? Kann ich sagen, dass ich ein bisschen leid geirrt habe? Cool! Geil! Das war cool! Das war cool, das haben die Kuh gemacht, wirklich, das haben die geil gemacht. Schade wegen Angela, im Endeffekt nur eine Kopie, die nette Dame. Aber wir haben noch Galina! Galina! Was ist mit dem? Und was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das, was ist das? Was ist das? Was ist das? Mach nichts Falsches, Leute! Ich bin ein bisschen zufrieden, aber es ist nicht so, dass ich mich verletzen würde. Ja, ich bin Yagami Rai. Ich habe mit dir gesprochen, dass ich mich verletzen würde. Ich bin nicht so, dass ich mich verletzen würde. Was ist das für Sie? Aber ich habe nur ein wenig Schleif zu verletzen, und dann habe ich mich verletzen, und dann hat er vieles Kuhlbüge und das auch vieles Kuhlbüge, und dann hat er vieles Kuhlbüge zu verletzen. Wie ist das? So... ... und dann... ... und das war das zu nichts. Das ist die Frage, was du dir gesagt hast... ... aber... ... aber... ... ich musste es. Warum hast du mich auf einen Garena gemacht? Das ist ein sehr einfaches Ding. Sie hat... ... eine große Herausforderung für Venomuz. Wenn ihr die Venomuz für diese Zeit... Nein. Komm, Gunlight. Komm, Bruno zurück zur Basis. Galina. Deine scheiß Frisage. Deine scheiß Frisage. So ist der Direktor. Heute müssen wir nach Mexico. Da sind wieder Wendungs aufgetreten. Otero, geh mal gucken, was da so abgeht. Hahaha. Das ist der Direktor. Okay. Direktor. Vertretige Volksschaft. Kapitel 6. Zorino. Du bist gut. Angela, oder Garena, der die Oekizubuck, die mit der Angeleitung mit der Angeleitung, die die Angeleitung durchgeführt hat. Die Systeme in der Angeleitung wurde aufgerüstet. Jetzt wird die Angeleitung in der Angeleitung. Die Situation ist schwierig, aber wir müssen alle wieder aufgerüstet werden. Danke. Jetzt ist es ein neues Job. Das war cool, finde ich, wenn ich zu sagen. Das hat echt cool gemacht, mit den Sequenzen, mit Sanji. Das war cool, fand ich echt geil. Ich hoffe, es geht so ein bisschen actionreich weiter. Und dämpft es sich ab, wie, dass wir jetzt wieder eine Standardmission machen müssen. Aber es sieht so aus, es sieht so aus. Aber ich habe nichts dagegen, wenn es ein, zwei Standardmissionen sind und dann wieder so cool mit der Story weiter geht, sag ich mal. Freezy, okay. Du 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 Ja, langsam! Ja, ja, hm. Hohohoho. Komm ran, jonge! Komm her, mit dem Gold Kloemkan. Du sagst, es ist unser Goku. Oh, wirklich? Oh, ich dachte, es ist unser Goku. Der will nicht kämpfen, oder was? Komm, Kakaroto. Ich... Kakaroto. Ja! Wo ist Zorro? Da ist Zorro. Lalalalalala. Geil, 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 sehr gut. Ja, nach Goku müssen wir auch schon wieder irgendeinen anderen besiegen. Freezy, oder so, wie immer. Aber schauen wir mal an. Upsa. Bitte. Geil. Ich mag schon weniger Schaden gegen ihn. Oh, wie der da hinfliegt, ey. Baaam. Sein Rücken. Nein. Jaguar! Tötet sein Rücken. Ja, das ist so schlimm. A1, 3-, 3-, 3-3-3-4-3-4-4-4-1. Das ist ziemlich Schaden Card fatele. BAAAAMM! DG. Nichts geil, I love it. Samran. Jetzt nicht ungeduldig werden. Oh oh. Doch das ist ein Kugel. Hame Hame. Mein... Es ist sagt ihr umgebracht. Runter mit Dekakarotto. Zoram die Kugel machen. Was geil wäre wäre wenn... Ich hab es jetzt nicht beobachtet... Aber ich glaube es ist nicht so... dass wenn er erwacht seine Schwerter mit Haki umhüllt. Das wäre geil, so wie gegen Pika. Aber ich glaube, das macht er nicht. Aber im Endeffekt soll es, glaube ich, dieser Status sein, quasi. Aber man sieht es nicht. Ja. Also mit Rüstungssacke, ne? Okay, perfekt. Perfekt, würde ich sagen. Das war doch ein perfektes Ende für diesen Part. Ich hoffe, das Ganze euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und Sayonara. Bis zum nächsten Mal. Peace. Euer Mann, bruh. Don't you cry. I'm a girl back after I'm done. I'm done. Next time you wait, won't be alright.